Heute bei Alt gegen Neu. Zwei Vlies-Heck-Dickschiff-Limousinen für 58.000 Euro. Es treten an ein Audi A7 50 TDI, der gebraucht gegen einen Skoda Superb 2.0 TSI, der aber neu. Bevor ihr jetzt meckert, das kann man doch gar nicht vergleichen, abwarten, anschauen, los geht's. Wir haben ja hier das Facelift von der dritten Generation, das Superb. Was hat sich denn da alles getan, vor allem optisch gesehen, wurde er etwas getweakt, Scheinwerfer vorne, hinten, Boden ein bisschen flacher gemacht. Es gibt keine Glühbirnen mehr, alles LED vorne, hinten, Bibelscheinwerfer, ALED. Der Grill vorne ist auch noch ein bisschen überarbeitet worden, hinten gibt es jetzt einen netten Skoda-Schriftzug, aber ansonsten war es das auch. Okay, meine Damen und Herren, ich würde mal sagen, wir fangen erstmal mit ein wenig Fahrdynamik an. Ich gehe in Sport, natürlich haben wir DCC an Bord und wir haben unseren altbekannten 2 Liter TSI Motor am Start. Ein 4-Zylinder-Turbo, kennen wir ja ganz gut aus Golf GTI und Golf R und so weiter. Das ist der EA888 von VW, diesmal aber 272 PS. Achtung, Freunde, festhalten, 5,5 Sekunden auf 100. Und ab geht's. 40, 50, 60, 80, 100. Ja, 5,5 Sekunden auf 100. Klingt auf Papier krasser, als es wirklich ist. Es ist in Ordnung, er schreitet gut voran. Wir haben vor allem durch den Allrad Brutal Traktionen die ganze Zeit in jeder Lebenslage. Aber es ist jetzt nicht um zu sagen, boah, heftig geht der ab. Es ist ordentlich, aber wenn man zum Beispiel auf der Autobahn unterwegs ist und einen überholen will, alles gut. Top Speed sind 250 kmh und wenn du dann natürlich Paradedisziplin auf die Autobahn fährst, kann man auch hier nichts sagen. Zack, zack, über 200, alles easy. Vor allem mit dem Radstand, sehr stabiles Auto, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Du kannst linke Spur fahren, tippitoppi, dafür ist der Wagen gemacht. So, wie sieht es aus mit Lenkung und Fahrwerk. Was hier schön ist, er ist einfach nicht so bockhart, so knallhart sportlich. Er lässt so ein gewisses Wanken zu. Du merkst, wie lang das Auto ist. Du lenkst in die Kurve ein und eine halbe Minute später kommt dann der Rest des Fahrzeugs an. Geil, bosshaft. Aber da auch wieder, ich bin der Oberbabu, ich muss hier nicht den knallharten Sport da rauslassen. Leckung, sehr direkt, schön. Vor allem, du musst wenig Lenkeinschlag machen, bis da was passiert. Vor allem um die Mittellage ist er deutlich reaktiver als die VW-Modelle. Schön, fährt sich toll. Aber ohne dabei so richtig auf die Kacke zu hauen. Dazu haben wir natürlich 7-Gang DSG. Es gibt keinen Handschalter und den Superb mit dem 2 Liter TSI Motor mit den 272 PS gibt es auch immer nur mit dem Allrad. Das ist natürlich kein komplett permanenter Allrad, sondern elektrisch gesteuerter mit Haldex-Kupplung. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, er ist jetzt nicht der knallharte Sportler. Es ist einfach ein entspannter Cruiser. Er mag gar nicht so sehr auf die Kacke hauen. Aber wenn es mal drauf ankommt, wenn er einmal über das Turboloch drüber gesprungen ist, dann geht er richtig gut. Okay, dann gehe ich mal raus aus Sport und gehe mal in Komfort. Gucken wir uns den Superb mal in diesem Bereich mal an. Da muss ich sagen, das ist schon die Parade-Disziplin von dem Wagen. Der fährt sich so angenehm, so ruhig, völlig relaxed. Vor allem, ich habe das Gefühl, dass hier vorne noch mal ein bisschen mehr Motordämmung eingebaut haben. Bei niedrigen Geschwindigkeiten geleitest du da vor dich hin. Du hast dich überhaupt nicht eilig, völlig entspannt. Auch das Fahrwerk im Komfortmodus dämpft fein. Du gleitest da gediegen vor dich hin. Guck mal, wie schön der hier über die ganzen Bodenwellen drüber federt. Das ist wirklich Dickschiff. Das passt, guck mal. Finde ich toll, weil heutzutage ja bei vielen VHG-Modellen auch im Komfortmodus alles so. Hier schwebst du über die Bodenwellen weg. Die werden einfach vernichtet, die Bodenwellen vom Super. Platzangebot, guckt ihn euch an. Der ist so lang wie ein Wohnblock. 4,87 Meter. Das ist ein Riesenteil einfach nur. Hinten, Kofferraumvolumen. Das ist ein Schwimmbad. Ich kenne Whirlpools, die kleiner sind als das. 625 Liter bis 1760 Liter. Das ist der Wahnsinn. Da kriegst du alles rein. Du guckst in so ein fettes Loch eigentlich rein, wenn du die große Luke aufmachst. Wenn das immer noch nicht genug ist, dann solltet ihr den Kombi nehmen oder sogar den Kodiak. Aber das ist gut. Und das gleiche geht hier hinten weiter im Fond. Also mehr Business Class, mehr Privatchat geht eigentlich nicht. Ich mit 1,80. Ich könnte mich da fast unter den vorderen Sitz legen. Sehr angenehm. Auch Kopffreiheit super. Es ist schon sogar so lang, dass man mit dem Vordermann fast telefonieren muss. Weil der ist wirklich einfach weit weg. Und dann hier vorne. Ja, das ist sehr konservativ. Typisch Skoda halt. Im Modelljahr 2020 hat sich ein bisschen was getan. Wir haben jetzt ein digitales Kombi-Instrument. 9,2 Zoll Display mit dem Columbus Business Paket. Ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Es sieht ein bisschen aufregender aus als beim Passat. Weil da ist es ja sehr klinisch. Ich meine, wir haben hier so ein bisschen Carbon und dann haben wir Alcantara. Auch hier die Sitze, Sportsitze. Toll, angenehm, fühlen sich gut an. Sehen auch noch schön aus. Hier unten finde ich es witzig, die Klimabedienung, die Regler. Ich habe ja tausendmal mich aufgeregt beim T-Roc zum Beispiel, dass die so plastischmäßig billig aussehen. Hier hat man einfach einen Klavierlack drübergezogen und die Rädchen mit so einem Soft-Gummitouch überzogen. Und das Ganze wirkt auf einmal deutlich hochwertiger und sieht einfach schöner aus. Und sowas lasse ich halt durchgehen. Was mich tatsächlich aufgeregt hat, was ich mega schade finde, es gibt so ein paar Punkte, die einem Superb einfach nicht gerecht werden. Hier vorne, die Umrahmung von dem digitalen Cockpit. Hört ihr das? Oh, das tut sogar in der Wirbelsäule weh. Und dann hier die Umrahmung vom Navi. Auch nicht schön. Hier unten, Mittelkonsole. Ist auch nicht fest. Und das für ein Auto, was fast 60.000 Euro kostet, eher dünn. Verbrauchstechnisch angegeben ist er mit 7,0 bis 7,1. Das schafft man tatsächlich nicht. Ich habe ihn ganz, ganz sparsam mit 7,5 bewegt. Das geht. Man fährt aber einen ordentlichen Sparfuchs. Wenn man ihn normal bewegt, ist man so zwischen 8 und 8,5. Sogar eher Richtung 8,5. Aber für so ein großes Auto findet das wirklich sehr in Ordnung. Vor allem auf der Autobahn. 66 Liter Tank. Da kannst du ordentlich Strecke machen. Kannst du einmal von Hamburg nach München fahren. Was mir immer wieder beim Skoda Superb einfällt. Er heißt ja offiziell Superb. Aber ich sage immer wieder gerne Superb dazu. Weil es ist ja das Flaggschiff von Skoda. Sprich, er ist Super. Und das große B steht für Langstreckenboss. Er ist einfach der Superboss. Okay Freunde, dann würde ich mal sagen, dann runden wir den Skoda Superb mal ab. Und zwar mit den Preisen. Hier der 2 Liter TSI Motor in der Sportsline Variante geht bei 49.130 Euro los. Und da muss man sagen, da ist einiges schon mit drin. Das finde ich echt stark. Zum Beispiel wir haben hier die LED Matrix Scheinwerfer drin. Skoda nennt das Ganze Crystal Lighting. Fancy. Oh ja. Aber die sind wirklich sehr gut. Das ist schon, ja so ein maskiertes Dauerfernlicht. Was die ganze Zeit in der Nacht wechselt und arbeitet. Und so ein Schauspiel im Wald verteilt. Du siehst einfach alles. Sehr, sehr gut gemacht. Dann hat man noch sein adaptives Fahrwerk mit drin. Die Sportsitze und 19 Zöller. Gut, wir haben jetzt hier noch ein paar Extras mit eingebaut. Die Rückfahrkamera, das digitale Kombi-Instrument, das Business-Paket Kolumbus. Draußen das Race Blow Metallic. Dann kommen wir auf einen Endpreis von 58.190 Euro. Und da muss ich sagen, ich würde mal sagen, wir gucken uns den zweiten Kontraheiten an. Wechsel zum Assi. So, und jetzt die Ingolstädter Flunder. Wir haben einen Audi A7 am Start. C8, zweite Generation. Wenn man sich den Wagen mal anschaut, das Ding hat im Grunde genommen volle Hütte. Wir haben das S-Line-Exterieur-Paket. Wir haben das S-Line-Sport-Paket hier drin. Das Sport-Lenkerat, die Sportsitze, das MMI-System mit digitalem Cockpit, eine Anhängerkupplung, hier Schiebedach. Viel mehr geht nicht. Und im August 2018, wo der Vorbesitzer den Wagen gekauft hat, hat der stolze 107.000 Euro ausgegeben. Und jetzt, Mai 2020, kostet der Wagen ein bisschen mehr als die Hälfte. Boah, brutal, oder? Aber, was interessant ist, diese beiden Kollegen sind durchaus vergleichbar. Wenn man sich mal die nackten Zahlen anschaut, sind sie tatsächlich sehr nah beieinander. Hier, der Audi A7 mit dem 50 TDI hat da vorne einen 3-Liter-V6-Turbo verbaut. Ja, Diesel, Benziner, klar. Aber die Zahl, 286 PS gegen den Skoda mit 272 PS, 620 Newtonmeter Drehmoment hier beim A7 bei 225 bis 3000 Umdrehungen. Ja, abwarten gegen die 350 vom Skoda. Aber der springende Punkt ist folgender. Dieser Kollege hier wiegt 1955 Kilogramm. Boah, im Vergleich dazu, der Skoda ist über 300 Kilogramm leichter. Und dann haben wir super ähnliche Zahlen bei der Beschleunigung. 5,7 auf 100, Skoda in 5,6 auf 100. Der ist langsamer. Beide 250 kmh spitze, aber im Großen und Ganzen, wir machen jetzt mal 0 auf 100. Achtung. Ich gehe hier in Dynamic, bin in S, latsch einfach mal rein und ab geht's. Ja, trau dich, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jo, sehr interessantes Ergebnis, muss ich sagen. Am Start habt ihr gemerkt, war total tote Hose hier beim A7. Dann hat er einen schönen Sprung gemacht durch das satte Drehmoment und obenrum ist er dann so ein bisschen eingeknickt. Da habe ich das Gefühl, so ab 70 kmh ist der Skoda ein Ticken schneller und er fühlt sich generell auch etwas leichter an als der A7 hier. Klar, wir haben da vorne eine mächtige 3 Liter V6, aber du spürst so richtig. Während er hier so auf die 100 sprintet, macht der Skoda es eher so und während ich beim Skoda ja von Anfang an gesagt habe, das ist eher so der entspannte Kerl, ist das hier doch eine andere Situation beim A7. Wenn du in Dynamic bist, wir haben zusätzlich hier auch noch Sportfahrwerk, Luftfahrwerk und variable Dämpferregelung, hat der Ingolstädter Lust zu spielen. Es ist schön, er verleitet einen etwas schneller zu fahren, ohne dabei komplett zu eskalieren und das macht er dann auch schön. Fahrwerk ist schön straf, sportlich, bei der Lenkung auch. Du musst extrem wenig machen, dass da was passiert, reagiert sofort. Im Sportmodus ist er auch deutlich schwerer in der Lenkung als zum Beispiel der Skoda. Und im Großen und Ganzen kannst du hier auch wirklich schön schnell fahren, ohne dabei zu sehr zu übertreiben. Wenn man übertreibt, kommt dann aber der Punkt, wo man diese 1955 Kilogramm wieder merkt. Und das ist echt ekelhaft, wenn man zum Beispiel so ein bisschen, da kommt ja das Häckchen. Aber du spürst das Gewicht einfach. Das finde ich so ein bisschen schade, aber im Großen und Ganzen sehr gut ausbalanciertes Fahrzeug, schnell bewegbar und kleine Schmankerl obendrauf. Allradlenkung. Ja, das macht den Wagen noch mal etwas quirliger. Im Großen und Ganzen auch da wieder. Wieder im Großen und Ganzen gesagt. Sag mal was anderes. Im Ernstfall fällt mir da auf. Es ist nicht so eklatant, wie zum Beispiel beim Audi Q8 oder beim VW Touareg mit der Allradlenkung. Hier ist es schön. Du merkst, dass er etwas flotter einlenkt. Ist aber nicht so krass. Nettes Gimmick brauche ich aber ganz ehrlich nicht. Was hier auch noch ganz nett ist, wir haben permanenten Allrad verbaut. Ist für mich einfach typisch. Audi gehört dazu. Und in gewissen Situationen zieht er dich da einfach raus. Schön. Du hast auch beim Beschleunigen überhaupt kein Wheelspin. Finde ich irgendwo klasse. Okay. Freunde, dann würde ich mal sagen, gehen wir aus Dynamic raus und gucken wir uns mal die andere Seite des A7s mal an. und die kann er auch sehr gut und zwar das Entspannter. Er kommt von der Entspanntheit nicht an den Superb ran. Nein, das ist der King der Entspanntheit. Aber er macht es hier ganz gut. Diese Spreizung einfach. Sportlich und dann entspannter fahren. Geräuschkulisse. Ganz interessant. Der Superb ist tatsächlich leiser. Hier beim A7 habe ich das Gefühl, man hört die Windgeräusche deutlich mehr. Gucke mal. Ich fahre nur 80. Jetzt fahre ich 100. Die sind viel präsenter. Es ist jetzt gemeingesagt. Es ist jetzt nicht laut hier drin. Es ist jetzt hier kein ACDC-Konzert. Klar. Aber im Vergleich zum Superb. Aber Federndämpfen. Schöne. Er ist ein bisschen härter auch im Eco-Modus oder im Komfort-Modus ist alles sehr superb. Das ist klar. Es ist ja auch ein A7. Der ist ja auch irgendwo sportlicher. Aber ansonsten. Auch hier kannst du locker lange Strecken zurücklegen. Ich habe ein paar Aussagen im Internet zum 50 TDI gelesen, die gemeint haben, dass der Motor ein wenig unharmonisch ist. Vor allem bei etwas langsamerer Geschwindigkeit. Muss ich aber sagen, finde ich nicht. Ich finde, dass der Motor zusammen mit der 8-Gang-Tipptronic, die 8-Gang-Wandler-Automatik, das funktioniert manchmal nicht so gut. Du hast bestimmte Situationen, wo du das Gas eintrittst und es passiert nichts und dann auf einmal springt er los. Oder zum Beispiel, generell guck mal hier auch, weiß er nicht so, oh, 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 was wollte der Kollege jetzt. Oder auch bei langsamen Geschwindigkeiten, wenn du an eine Ampel ran bist, bremst. Weiß er auch nicht so ganz, was er machen soll. Das ist für mich eher der Haken. Ich finde den Motor tatsächlich nicht so unharmonisch, wie es im Internet gesagt wird. So, dann das Thema Verbrauch. Und was ich euch noch nicht verraten habe, ist, dass der A57 TDI ein 48-Volt-Malt-Hybrid-System an Bord hat mit Startergenerator. Das schlägt sich natürlich auch in den Verbrauch aus. Wenn man sich das anguckt, angegeben offiziell Nefts, ist er bei 5,4 bis 5,7. Da kommen schon nicht hin, aber WLTP-technisch sind wir bei 7 bis 7,5 Liter. Und das ist absolut machbar. Hier der Langzeitspeicher sagt schon 7,1 Liter. Mit einem Tank von 63 Liter schaffst du dann auch mal, bei wirklich entspannter Fahrt, die 1.100 Kilometer. Im Vergleich dazu, der Skoda, ja, es ist halt kein Diesel. Ganz klar, wir haben auch ein bisschen mehr Tank, aber da kann man auch sagen, der kommt bei entspannter Fahrt 950 Kilometer weit. Und dann natürlich auch noch die Platzverhältnisse. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, denn, Kofferraumvolumen hier beim A7. Los geht's bei 535 Liter bis 1.390 Liter. Ja, klar, er hat das Nachsehen gegenüber dem Skoda, da haben wir gesagt, 625 bis 1.760. Klar. Trotzdem muss ich so eine kleine Lanze für den A7 brechen, denn trotzdem ist es auch so eine fette Badewanne. Der Laderaum ist ewig lang. Im Vergleich zum Skoda ist er nicht so tief, was ich ja demonstriert habe mit der Badewanne. Was ihm aber das Genick bricht, ist einfach diese Flügelform des Fahrzeugs generell. Das Schrägheck vernichtet einfach unheimlich viel Kofferraumvolumen. Aber im Großen und Ganzen, ich konnte mich nicht beschweren, weil man jetzt hier keine großen, hohen Kisten transportieren muss, kriegst du ja auch ordentlich was rein. Und hinten auch im Fond, da war ich auch überrascht. Ich habe auch gedacht, das würde deutlich enger sein. Klar, auch da hat das Nachsehen gegenüber dem Skoda, aber ich mit 1,80 konnte hinten einigermaßen noch sitzen. Kopffreiheit war noch gegeben. Und wenn wir uns dann hier nach vorne bewegen, ja, es ist und bleibt dann doch eine kleine andere Welt im Vergleich zum Skoda. Es muss ja auch irgendwo eine Abtrennung sein. Das sieht schon sehr gut aus. Sehr hochwertig, toll gemacht, schön. Trotzdem auch da hier, guck mal, das ist schaumiert, aber die ist schon kurz vor Hartplastik. Und da muss ich sagen, auch hier die Mittelkonsole ist jetzt typisch Audi, hat A6, hat der Q7, hat der Q8. Wer es mag, der mag es, wer nicht, der mag es nicht. Ich bin zum Beispiel so zweigeteilt, ich finde es super modern, auch hier das digitale Cockpit, geil, aber hier auch mit diesem Touchsense und so, es ist alles nur noch per Touchscreen veränderbar. Und das nervt mir. Und deshalb finde ich, macht es den Skoda ein bisschen sympathischer, weil er einfach noch haptische Drehregler hat. Und hier, du musst, um die Temperatur hochzudrücken, eine halbe Stunde hochdrücken. Und das ist wirklich nervig, muss ich sagen. Natürlich müssen wir über das Thema Design quatschen. Ja, ganz klar. Während der Superb ja einfach diese stille Bolzer war, der eher das Ganze doch still mag und nicht auffällig ist, ist das hier eine ganz andere Welt. Der A7 ist einfach krass. Ich muss sagen, auch im Vergleich zur ersten Generation nochmal eine Stufe heftiger. Einfach das ganze Auftreten ist sehr maskulin. Vorne auch. Der Single Frame Grill ist gefühlt so groß wie Lichtenstein, die flachen Augen mit LED-Senkrechtbalken. Das ist schon geil. Und auch wenn man den Wagen öffnet, macht er einfach Brr, 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 Knight Rider Kid lässt grüßen. Geil. Auch wenn man sich Richtung Heck bewegt, er sieht von der Seite aus wie so ein Flügel von dem Flugzeug. Sehr dynamisch, sehr schnell auch im Stand. Und dann beim Heck, ja da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Manche finden es geil, manche sagen eher boah, gefällt mir gar nicht. Ich fand es lustig, bei den Audi-Designern, die haben gesagt, oh geiles Heck, hier Leuchtenband, mega, total stealthy und dann auch noch diese breiten Schultern, super maskulin, oh geil. Ich bin da so geteilter Meinung, ich finde es schöner als der Vorgänger, trotzdem so unfassbar geil wie die Audi-Designer finde ich es jetzt nicht. Aber ihr könnt ja unten mal in die Kommentare reinschreiben, findet ihr das Heck schön, ja oder nein. Okay Freunde, würde ich mal sagen, runden wir das Video mal ab. Audi A7 50 TDI, gebraucht, oder Skoda Superb 2.0 TSI, neu. Das Ganze für 58.000 Euro. Der Superb ist so ein Auto, was eher unauffällig ist, was trotzdem super schnell ist. Sein Sahnehäubchen ist halt einfach die Gemütlichkeit, diese Entspanntheit. Der Wagen strahlt einfach eine Ruhe aus. Er heißt nicht umsonst Superboss. Ganz einfach. Und auf der anderen Seite, der A7, der sowohl ruhiger kann, aber nicht so ruhig ist wie der Superb. Auf der anderen Seite, sportlicher kann und natürlich auch deutlich mehr auffällt. Da habe ich eine geile Anekdote jetzt zum Schluss, Freunde. Ich bin gerade durch eine Ortschaft durchgefahren. 50 begrenzt. Ich bin Punkt 50 gefahren. Und es kam mir so ein Ehepaar entgegen auf ihrem Fahrrad. Und der Mann dann sofort so, geh mal runter. Und ich so, ich fahre schon 50. Was willst du denn? Und das ist auch so das Typische an dem A7. Es ist halt einfach jemand, der mehr provoziert. Und auf der anderen Seite, der Superb. Ich glaube, der Rentner hätte den, glaube ich, gar nicht gesehen, wenn er vorbeigefahren wäre. Und das sagt einfach alles aus. So, Freunde. Es ist halt einfach so eine Sache. Ich bin gerade in Bayern. Wer mag's, der mag's heute, gell? Das ist einfach eine Entscheidungssache, wie er lustig ist. Und damit würde ich sagen, Freunde, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Schreibt mal unten in die Kommentare, welchen würdet ihr nehmen, den A7 oder den Superb. Ich bin mal gespannt. Und damit sage ich, Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns bald wieder in einem neuen Video. Tschüss Jikowski. Und natürlich liken und abonnieren nicht vergessen.